Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Dual Craft im Artcom-Modus. Hallo. Wir haben hier ein ultra-freshes Baumhaus. Danke. Und es ist etwas Hass, das passiert. Nämlich, man könnte meinen, Dual Craft bedeutet, dass wir irgendeine Mod-Pack spielen, aber so ist dem nicht. Es ist einfach nur, weil wir zu zweit sind. So. Richtig. Wir waren jetzt ein paar Stunden nicht da, also vier Stunden oder so. So, ist die letzte Aufnahmesession von Minecraft, ja. Und wir kommen rein, auf einmal ist da diese Treppe. Hier ist eine komische Treppe, ja. Und das ist nicht gut. Gar nicht. Das bedeutet, hier war jemand, der es zwar nicht böse gemeint hat mit uns. Ja gut, das hätte ich ohne den nicht hingekriegt. Muss man ja schon mal dazu sagen. Ja. Ich habe jetzt aber die Whitelist reingemacht. Nicht, dass hier auf einmal das Baumhaus weggebrannt ist, wenn wir das nächste Mal dann da sind. Hier ist auch Tropenholz benutzt. Hier sind Bretter drin. Echt? 43 und 64. Ja, ich hatte ein paar drin, aber es war überhaupt... Oh, cool. Jetzt müsste es eigentlich zum Dach reintropfen. Pass auf, da, ja. Echt? Ja, achte mal drauf. Stell mal aufs Bett und guck mal rein. Also, so, und guck mal da so lang. Tatsächlich, ja. Ist drauf ganz leicht, ja. Mega cool. Das ist cool. Das ist cool. So. Ist aber trotzdem trocken für uns hier so. Ähm, pass auf. Ich habe was Cooles rausgefunden. Weil ich hatte ein paar Planken, keine Ahnung, 16 Stück oder so. Da habe ich da rein verfrachtet. Guck mal, wenn ich den Ofen anmache, ne? Guck mal, jetzt ist die Klappe offen. Und sobald ich was reinmache, ist die zu. Ah, geil. Sehr cool. Richtig geil, ne? So, was machen wir diese Folge, ist die Frage. Erstmal schlafen. Richtig. So, guten Morgen. Guten Morgen, alle Welt, die sie bevölkert. Alle Welt und die sie bevölkert? Guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. Ah, danke. Guten Morgen, alle Welt und die sie bevölkert. Regenbogen. Voll schön. Oh mein Gott. Nice, der ist ja sogar rund. Was machen wir? Ja, was machen wir in dieser Folge, ist die Frage, ne? Wir müssen uns mal ein bisschen Ausstattung gönnen, würde ich behaupten. Genau, wir sollten mal in eine Höhle rein, ne? Ja, mal ein bisschen Eisen absnacken. Das ist wahr. Scheiße, dann sollte man das auch machen. Ja. Junge, sieht das schön aus hier unten. Ich sag ja, voll cool hier. Na, so, ich geh wieder. Ciao. Yo, ciao, ich geh nochmal alleine. Yo, viel Spaß. Gut, Freunde, das war also die letzte Folge. Wir sehen ihn nie wieder. Okay, warte, da sollten wir aber Essen mitnehmen. Ich hab noch ein bisschen Wasser, aber das reicht halt nirgends so hin. Ja, was heißt denn das jetzt? Ich hab vier Steaks, acht Schweinefleisch und sechs Handelfleisch. Das ist doch mega, das reicht doch ewig, Alter. Was weißt du denn? Echt jetzt? Ja, natürlich. Ja gut, du weißt nicht, wie lange wir unterwegs sind, ne? Ja, aber so im Verhältnis reicht das schon eine Weile. Alter. Äh, ich hab nur eine Sorge. Und zwar? Äh. Dass wir abkratzen. Nein, dass wir nicht zurückfinden. Wie finden wir denn hier hin wieder? Oh, good point. Good point. So, ich schmeiß dir mal zur Treppe, äh, zur Leiter, ein Stack Fackeln runter. Ja, mach das. Zack. So, das ist nämlich ein bisschen kritisch. Wir sollten... Naja, ich mein... Ja, was denn? Den Baum findest du ja, eigentlich. Ja, super. Ist ja ausgeleuchtet. Jetzt laufen wir in irgendeine Richtung, gehen in irgendeine Höhle und kommen irgendwo anders wieder raus. Und dann? Ja, wir müssen uns das irgendwie markieren. Ach, ich zieh jetzt keinen Fackelweg, wo ich lang lauf. Wir könnten Brot hin und schmeißen. Ne, ich mein, wir können hier irgendwo richtig ultra viele Fackeln hin platzieren, dass wir das wieder finden. Ja, jetzt warte mal. Jetzt. An die Küste oder so, keine Ahnung. Ja, an die Küste. Und dann laufen wir 800 Blöcke weg. Gehen in eine Höhle. Und dann kommen wir wieder irgendwo raus. Wie willst du dann deine Fackelküste wiederfinden? Fuck, Alter. Um das Baumhaus wieder zu finden. Möchtest du irgendeinen Pimmel auf unser Dach stellen? Aber, Alter, ich seh doch keine 800 Chunks. Ja, das ist richtig. Ja, what the fuck. Ich seh 16 Chunks. Das war's. Ja. Deswegen, das ist ein bisschen ein Problem. Wie machen wir das? Wir könnten jetzt die Aufnahme pausieren. Ja. Und eine Map-Mod installieren. Warte, seh ich irgendwo Koordinaten. Stimmt, wir könnten die Koordinaten aufschreiben. Na klar. Wir merken uns. So, warte. Ich geh mal vor dem Baum. Ne, ich bin einfach im Baum und mach ein Foto von. So. So gut. Ja, stimmt. So hab ich das damals immer gemacht. Ich hab grad gedacht, wie hab ich das denn damals gemacht? Ja, genau so. CPU, AMD, Ryzen 7, 3700X. Stimmt nicht mal. Bei mir. Stimmt nicht. Ne. 3700X stimmt nicht. Du hast ein 5.8 drin. Minecraft lügt. Denselben wie ich. Gut, vielleicht erkennt er nur die halbe CPU und sagt deswegen, oh, ne. Das macht Sinn. Ja, der hat die Leistung von dem. Wie ist das? Äh, wenn wir jetzt, jetzt, jetzt machen wir das à la Dominic und machen, wenn wir Kühe finden, töten wir die auch. Genau. Oder wenn wir Tiere an sich finden. Oh mein Gott, geht's da tief runter. Ja. Jetzt wird Schießet. So. Ja, da drüben sind nochmal drei Kühe. Die holen wir auf jeden Fall mit. Ich hab jetzt ein Stack und ein Dreiviertel Fackeln. Sehr schön, ich hab jetzt nicht ganz zwei. Dafür hab ich noch genug Holz mit, dass wir uns unterwegs noch Fackeln machen können, wenn wir Kohle finden. in der Höhle. So, aber nur für den Fall, wenn wir nicht drauf gehen natürlich. Ja. Jetzt noch ein Chicken. McNuggets. So, was natürlich aus. Also eigentlich kann man ja Verbrennung aus Pferd machen, aus Pferd, aus Schwert. Aus Pferd. Soll man Verbrennung aus Pferd machen oder? Dann ist das direkt gebraten. Ja, lädsch. Okay, das hab ich grad weggeschmissen. Ging's hier nicht grad irgendwie rein oder runter? So, ich hab hier ein Feder nach vorne. Nur so ein Erdloch. Ja, und hier vielleicht? Oh. Wo? Ne. Aber da vielleicht? Uh. Ne. Ja? Oh, da ist Kohle. Oh, Kohle, sehr gut. Wunderbar. Und Kupfer, vielleicht geht's hier doch runter? Oh, shit. Ach du Scheiße. Oh, shit. Oh Gott, oh Gott. Okay. So, Geis. Höhlenplaylist ist an. Hier ist Ende. Ja, ich denk, wir wursteln hier uns in so ein tiefes Ding rein, war? Ja, guck mal mal. Vielleicht haben wir ein bisschen Eisen nicht ganz so weit unter der Oberfläche. Nicht, Alter! Nicht unter dir abbauen, bist du wahnsinnig. Ja, stimmt. Junge, Junge, Junge. You never knopf. Ja, das ist mir schon oft genug passiert. Dass ich da auf einmal abgegangen bin. Ja. Okay, hier ist auch Ende. Hier ist nix. Ja, dann. Ich finde, ich hab Angst. Auf geht's. Hier ist Kohli. Also, folge mir dann gleich. Ja, wir machen einen Schritt. Hier ist Kohli. Ja, dann nimm sie doch. Einen Schritt hinter den anderen. Und gleich gehen wir wieder mit 30 Diamanten raus. So, je, schon mal. Ich glaub nicht. Nicht? Das dachten wir damals auch. Zwei Creeper, die auf Eisen stehen. Auf Eisen? Dann sollten die da weg. Nein. Holy shit. Nein. Oh, na. Holy. Ja, und die haben mich beide erwischt. Alter. Weil ich hier ins Loch runtergelaufen bin, aus Versehen. Boah. Junge, Junge, Junge. Das war close. Oh, okay. Direkt erst mal gestorben gefühlt, Alter. Hier ist ne richtige, kranke Ader. Alles voll mit Kohle. Immer noch Kohle. So, mal gut hier. Boah, ein Lichtstrahl, der da reinkommt. Wunderschön. Oh, fett. So. Follow me. Ich follow you and I'm scared. Alter, geht's da runter. Oh, meine Güte. Das ist so ein richtiger Einschnitt. Okay, wait. Ich mach hier ne Treppe runter. Ja, bitte. Please save me, Alter. Ich kann das nicht. Ich schiebe. Oh, je. Wir brauchen doch nur fucking Eisen. Oh Gott, Alter. Mach läng, Sam. Ja, I'm waiting here. Beim Scarret. Oh, ich muss das irgendwie hier. Da hinten ist Eisen. Reichlich. Kohle. So, hier ist unser Fluchtweg. Mhm. Touchdown. Den müssen wir am besten ganz krank ausleuchten. Ich bewach dich. Du nimmst die Kohle hier mit. Okay. Okay, wir machen das jetzt so. Einer baut ab, der andere guckt. Bewach mich gut, ja. I bewag you gut. Oh, das dürfte alles sein. Creeper von links, Creeper von links. Lauf. Alter. Wo ist Eisen? Hier. Oh, es geht nicht. Okay, okay. Ich hol ihn mir. Oh Gott, so eine Spinne. Okay, Dominik, rein da rein. Lauf, lauf, lauf. Mach zu. Ja, hab ich. Holy shit. Okay. Hallo? Da ist die Spinne. Spinne down. Nee, Spinne nicht down. So, Spinne down. Creeper wartet da. Ey, du. Moin. Oh, oh. Oh shit. Creeper hat die Spinne, äh, den Skelett gekillt. So, bau ab, ey, Watch. Oh, guck mal, der Boden da. Der Boden hier. Wenn du da weit genug weg bist, der spiegelt. Echt? Die Fackel. Ja, stimmt. Achtung, Spider. Spindelmanen. Das heißt, wir nehmen den mit. Den Boden. Scheiße, Dominik, Hilfe. Okay, alles geklappt. Okay. Weil wenn wir den mitnehmen, wait a minute. Ja? Das ist Diorit. Und aus vier Diorit kann ich vier polierte machen. Und jetzt haben wir einen Boden, der richtig schön spiegelt. Oh, yes. So ein Marmorboden, weißt du? Kommen Sie mal hierher. Okay, dann machen wir irgendwann noch. Ach, du läufst einfach nach sonst wo hin. Ah, super. Schön. Ich hab nur, ich hab nur, ich hab nur gerade mal umgeguckt. Ja, super. Das kann ganz schnell in der Scheiße enden. Okay, du bewachst, ich baum ab. Ja, Skelette, zwei Stück, nix. Ui, ui, ui. Nix, nix, nix. Zurück, zurück. Uh. Ui, ui, ui. Okay, wir können den Homie mal angreifen, das alleine. Sollen wir was essen? Okay, das ist doch zu zweit. Super. Doch zu zweit. Geht? Gut. Okay, ist schon tot. Uff, der geht runter. Ah, doch nicht. Uff, hier links geht's weiter. Kohle. Kohle und Kupfer. Und Ende. Alter, das ist das Dunkel ohne Licht. Ja, du musst ja auch angewöhnen, Fackeln zu setzen. Weil sonst weißt du nicht, wo wir schon waren. Ach du Scheiße. Okay, hier ist ein Arsch voll Äusen. Oh, da kommt einfach Wasser rein hier. Oh, Wasser. So, jetzt da runter. Wirklich? Wir können natürlich jetzt einfach runterspringen. No risk no fun, aber... Oder wir bauen uns runter. Ich würde lieber bauen, Alter. Ja, weil sonst finden wir da nie wieder raus. Ja, ja. Dann denken sie auch, oh Mann, was ist mir denn her gekommen? Dann pack mal das Wasser dazu. Ja. Und ich suche uns hier schon mal einen Weg nach unten. Wo machst du das? Lass mal da rankommen, ey. So. Hä? Oh, shit. Oh. Ja, wo kommt dieses Wasser her, Alter? Von der Oberfläche. Ach so, ne, deins nicht. Ja gut, kannst du eh, kannst du eh... Ja, ist egal. Da wär's hergekommen, aber... Ja. Ah ja, okay. Kommt der Minecraft Pro wieder. Also. Pass auf, ich mach uns da... Ja, mach noch ne Schutzwall. Nicht, dass ein Skelett auf die Idee kommt, uns da runter zu bämsen. So. Das Wasser hier, das kommt von der Oberfläche. Ja. Das kann ich halt nicht zubauen. Da müssen wir jetzt halt runter. Ja, ist egal. Und hier fängt's... Deep Slate an. Shit. Okay. Alter, wie die Lava leuchtet. Komm mal ran hier. Wo bist denn? Na hier. Ja wo? Ja hier. Bei dir. Ach so. Hinter mir. Wo denn? Da. Boah, leuchtet das. Oh. Wild. Cool. Hier ist Eisen. Ja, nimm das mit. Oh, richtig viel Eisen sogar. Sehr gut, wir brauchen das. Dunkel. Okay, Moments. Da unten ist noch ganz viel mehr Eisen da unten. Oh, das spiegelt sogar, das Deep Slate. Echt? Komm mal hier ran. Stell dich mal hier in das Loch. Da. Ja. Da. Und jetzt guck mal links ans Diorit. Zur Lava. Also ans Deep Slate. Links direkt neben dir an der Wand. Oha, ja tatsächlich. Krass, ja. Da unten. Also ich würd sagen, wir gehen ja mal in die Richtung, weil da unten ist noch mehr Eisen. Ja, ja, ich würd hier den Wasserfall entlang. Aber Karreful. Das ist auch am sichersten. Da ist Lappes Lazuli, das nehmen wir auch direkt mit. Lass mal hier rechts gehen, lass mal. Warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Ich nehm kurz das hier mit. Ja, ganz viel Eisen. Ist das auch Gold, glaube ich, ne? Das brauchen wir zum Enchanten. Redstone, ein Haufen. Redstone auch mitnehmen, natürlich. Hm. Okay, drüben ist Eisen. Kommen sie miet. Wo? Hier auch, hier. Oh, das ist ein Arsch voll Eisen. Jede Menge. Ja, guck mal da oben an der Wand, ne? Ja, ja, hab ich gesehen, hier drüben. Come with me, please. Ich take mal hier das Gold kurz raus. Ja. Oh, oh, oh. Oh, Gott. An, drauf, 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 come on. Ich kann nicht immer alleine wegkämpfen. Das ist mies, du Assi. Oh. Ja, gut. Ja, ich, jetzt bin ich schon tot. Ja, aber trotzdem, das ist so dieses, also bei Skeletten sollte man nicht wegrennen, weil, das ist wie, oh, jetzt kommt da Wasser runter. Nein. Das ist wie bei, wie bei, äh, Fischen. Äh, bei Fischen. Jetzt kommt da auch Wasser runter. Ja, lecker. So. Das ist wie bei Spinnen, echt. Sobald du die nicht mehr siehst, sind sie eine Gefahr. Ja. Okay. Dann der Wand. Und hier auch noch. Ja, hier auch. Oh, die Mucke eskaliert gerade so. Echt? Ich höre gerade nur Wasser. Oh, hier ist so viel Eisen. Oh, noch mehr. Sehr schön. Ja, Mann. Ich bin auch gerade hier richtig am snacken. Ich habe 36 mittlerweile. 36? Ja, Mann. Ich habe 31. Sehr gut. So, komm mal. Gehen wir mal hier runterlunzen, ob da noch mehr kommt. Weil das wird hier sehr eng. Das sieht total nach Ende. Oh, scheiße. Ende? Nee. Nicht? Oh, shoot. Oh, da geht es wieder auf. Redstone. 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 Oh, Achtung. Da geht es runter. Da habe ich gerade fast runtergeflogen. Ja, gut. Dann mache ich hier wieder eine Treppe rein. Ja, eben. Ach, du Scheiße. Das Problem ist nur, wir müssen aufpassen. Da hinten ist Eisen, ja. Ja. Wir müssen hier aufpassen, weil meine Spitzhacke ist gleich fertig. Oh, shit. Und dann müssen wir mal einen Ofen bauen. Welcher Höhe sind wir denn? Minus 67. Alter. Was? Nee, 30. Sorry. Minus 30. Ja, minus 32 bin ich hier unten gerade. Boah. Kare voll. 67. Es geht nur bis minus 64. So, ich habe immer ein bisschen zugemacht hier oben. Wir sind aber gleich auf Diamantenhöhe. Also volle Lotte. Vielleicht finden wir ja welche. Wer weiß. Wäre cool.